Es geht weiter mit den Aberbossen. Ich lasse mal Sprint drin und gucken wir mal, was läuft. Mal neue Runde Aberbosse. Nicht genug Wut. Ich brauche Wut. Ich muss zurückkehren. Verdammt sind wir schnell. So, nächste Runde. Auf geht's. Ach, hier ist 3 Kills. Mehr Wut. Achso, ja stimmt. Ich habe insgesamt... Oh, ja und nochmal zusätzlichen Legendary. Wunderbar. Ach, jetzt weiß ich, warum meine Wut nicht mehr so richtig generiert. Ich habe ja hinten noch dieses, dass ich einmal sterben darf, reingemacht. Das will ich ja und Dings raus. Wo ist es? Machen wir lieber nochmal Anomisität rein. Äh, vom Wut her. Cool, scheiße. Cool. Hier scheint zu glauben, dass ich ein unbeschwertes Leben führe. Das tut ja auch. Auf geht's. Gegen Diablo. Hier kann man auch nichts betreiben. Ich bin jetzt ein Leger-Pogel. Ich habe gesagt, du sollst auch mehr nichts betreiben. Ah, das hast du jetzt davon. Das da. Warum ist hier... Alter, hier ist gerade noch rausgekommen. Das war eben aber nicht, oder? Das ist ja, Michael, was... Das habe ich eben zumindest mal nicht mit. Und vielleicht war sie so schnell tot. So, bleibt uns noch. Zoll den. Cool. Cool. Und, ähm... Ja, Raganarana on auf. Fette Belagerungsbestien. Hulu, hulu, hulu. So, noch einmal rechte Aufruhr des Aufruhrs. Sweetkill. Ah, jetzt sind sie so weit auseinander. Das war ja schon schon. Ah, ging aber trotzdem. Gabel des Terrors. Gabel des Gartenzwergs. Dann mache ich bald mal ein Video einfach nur Crafting, äh, Höllenabfeuer, Amulett, glaube ich, wenn das so weitergeht. Noch ein bisschen Höllenfeuer hier, Armen und so ein Kram. So, liebe Freunde, dann verabschiede ich mich hier, ich sage danke im Namen aller Beteiligten, also hier DarkX, Phoenix aus der Interpendeless Player Gruppe und auch von DeShane, der seinen Clan gehört. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Spooky. Bye, bye.